Ja, moin moin, wieder ganz herzlich zurück willkommen auf dem Kanal. Hallo zusammen. Ja, endlich ist es soweit. Wir spielen The Walking Dead Out of the Box. Ja, wir haben es ausgepackt und direkt einmal schon losgespielt und uns grob einmal die Regeln schon angeschaut. Ja, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, wir haben uns nämlich einfach gedacht, ja, mit toller Platte und angemahnten Modellen und so, das kann ja jeder. Habt ihr bestimmt auch schon tausendmal gesehen, irgendwie, wer sich für das Spiel interessiert. Wir wollten euch mal zeigen, wir haben jetzt ja geunboxed letztes Mal und wollten euch einfach mal zeigen, was man denn jetzt wirklich kriegt und wie das aussieht, wenn man das direkt aus der Box, wie du schon gesagt hast, spielt. Ja, genau. Und ihr seht, wir haben hier dieses, ja, blattbedruckte Poster, wie auch immer man das nennen will, als Gelände quasi. Und das ist schon mal dabei. Da hat man schon mal so eine grobe Unterlage. Das ist jetzt das allererste Szenario. Das ist auf 10 mal 10 Zoll. Also ihr seht, ist nicht so wirklich groß, wenn ich meine Flosse mal da eben drüber halte. Also es ist wirklich sehr klein. Dadurch haben wir hier auch groß keine Autos. Ihr wisst ja, das ist ja auch eigentlich noch mit dabei als Spielmaterial. Guck links, guck rechts, da steht da hinten, was du gerade sagst. Ich wollte es gerade euch nochmal zeigen. Aber ja, deswegen. Wir spielen jetzt das Einfache erst mit den einfachen Regeln. Die Schnellstarterregeln. Genau. Die ersten. Es gibt in der Box, hatten wir ja gesagt, es gibt einmal das dicke Regelbuch. Ja, genau. Und dann gibt es einmal das Read This First und das sind die Quickstart Rules. Und ja, da ist dann das aufgeteilt in zwei Szenarien. Und wir spielen das erste Szenario. Ihr seht, wir haben nur Sandra und Patrick hier am Start. Es gibt drei Walker und da hinten gibt es drei Versorgungsmarker, also Supply Counters. Und die müssen wir ergattern. Es passiert nicht wirklich viel. Das Thread Level geht auf vier. Ja, das ist die Tröte übrigens. Das werden wir immer die Tröte nennen. Das Tröte Level. Das Tröte Level. Und also was wir schon gesehen haben, es ist ja ganz cool gemacht irgendwo, aber man muss echt aufpassen, wenn man das so liegen hat. Ich hoffe, man sieht das, dass man das so minimal bewegt und da nicht oft drankommt, weil leider verrutscht das nicht schnell. Da muss man nicht aufpassen. Ja, genau. Oder hast du es einfach nicht fachmäßig zusammengebaut? Aber ich habe das super fachmäßig zusammengebaut. Ja, ich habe auch schon geguckt. Hallo? Fachmännisch heißt das ja nicht fachmäßig. Blödsinn. Okay, wir erzählen auch mal kurz was zu den Regeln. Es gibt auch ein schönes Würfelpad dabei. Das ist zwar jetzt irgendwie zum anderen Spiel, nicht wahr? Ja, ein bisschen zweckentfremdet. Wir haben leider keins von The Walking Dead oder mit irgendwelchen Zombies drin, aber Hauptsache wir können Würfeln. Ja, genau. Ja, genau. Seht schon mal als kleinen Spoiler, kommt ja auch bei Let's Play von Gaslands nicht wahr. Ja, und das ist übrigens von der Mel, von Mel Bell, die hat das ja gemacht. Genau. Wir haben was käuflich erworben. Hier noch mal eine kleine Werbung. Könnt ihr euch dann auch irgendwie das Video zu angucken. Ist halt einfach aus Mausmaterial. Aber wie gesagt, schaut euch das Video an. So, wir wollen auf alle Fälle jetzt einmal kurz euch die Regeln erklären. Und zwar geht's bei All Out War, geht die ganze Geschichte in vier Phasen. Und zwar haben wir als erstes die Aktionsphase. In der Aktionsphase aktivieren die Spieler, ja, ich hab das hier auch. Okay. Ich lese das nämlich so ein bisschen ab. Aktivieren die Spieler ihre Survivor, also ihre Überlebenden. Das geschieht in der Regel, also wir spielen das jetzt einmal zusammen. Und sie spielt Sandra und ich spiel, nee andersrum, ich spiel Sandra, du spielst Patrick. In der normalen Version werden die nachher abwechselnd, also erst der eine, dann der andere Spieler immer die Püppchen aktiviert, die Survivor. So, und dann werden die in zwei Aktionen quasi, also nicht in zwei Aktionen bewegt, sondern die haben zwei Aktionen. Und zwar einmal können sie sich bewegen und nachher können sie auch schießen oder zum Beispiel suchen, wenn sie so einen Marker haben wollen und so weiter und so fort. Das erklären wir dann später. Danach kommt dann die Eventphase, also die Ereignisphase. Da wird dann geprüft mit der geilen Schablone für die Killzone. Die gibt es übrigens auch in Transparent, aber ich finde den Aufdruck sehr geil hier. Richtig geil gemacht auf jeden Fall. Wird hier so drüber gehalten. Genau, mittig, über jeden Walker, der auf dem Feld steht. Und wenn sich da ein Survivor in der Killzone befindet, auch nur ansatzweise, also nur ein Tacken von der Base reicht schon, dann bewegt sich der nächste Walker, also der, der in der Killzone, der über dem die Killzone ist, bewegt sich dann auf den Survivor zu. Immer 6 Zoll. Wir haben einmal die Sneak, also Schleichenbewegung, einmal die Run, Rennenbewegung, wobei die Sneak, also Schleichen, wie der Name schon sagt, leise ist und Run verursacht dann Lärm. In den englischen Regeln als Noise bekannt. Wenn Noise ausgelöst wird, dann bewegt sich der nächste Walker, der im Umkreis ist, bewegt sich 6 Zoll in gerader Linie auf den Survivor zu, also beziehungsweise auf den Lärm zu. Aber in dem Moment, wenn man gelaufen ist, hat der Survivor ja den Lärm gemacht. Nachher gibt es auch andere Sachen, die noch mehr Radau machen, da kommen wir aber später zu. Irrelevant. Genau, das ist irrelevant. So, das war das Erste. Und als Zweites ziehen wir dann eine Karte an Eventkarte vom Eventdeck. Und da sind dann manchmal sehr lustige und manchmal auch sehr dramatische Ereignisse darunter, die meistens in der Regel eigentlich Walker bewegen oder irgendeinen Effekt haben auf das Bedrohungslevel. Das Bedrohungslevel, wir können hier einfach mal eine Karte zeigen, das Bedrohungslevel hat Einfluss auf die Karten hier immer. Und zwar steht hier immer drauf, entweder ist alles ruhig oder wir haben geringe Bedrohungen, wir haben mittlere Bedrohungen oder wir haben hohe Bedrohungen. Und je höher die Bedrohung ist, desto mehr schlechte Sachen passieren eigentlich in der Regel. Ist halt wie so ein Schwierigkeitsgrad, würde ich mal sagen. Genau. Und wenn man halt, man kann auch später als Aktionsphase halt stehen bleiben, nichts machen und die Nerven behalten. Wir greifen aber gerade vor, Junge. Achso, entschuldigung. Für das erste Szenario ist das noch nicht relevant. Ja, okay. So, nicht wahr? So, das wäre dieses. Dann haben wir, ne, dann kommt erstmal die Nackarmphase. Ach ja, genau. In der Nackarmphase wird als erstes geguckt, ob irgendwelche, werden ja gesagt, wenn wir jetzt rennen und der Walker steht dann hier direkt im Basekontakt, dann gilt der als gebunden und nicht mehr als, ja, eligible heißt das hier, glaube ich. Also nicht mehr als zulässig. Ihr kennt das von anderen Tabletops. Einheiten, die im Nackampf gebunden sind, können dann in der Schussphase nichts machen. Das ist auch hier so. Generell ist es aber auch so, wenn zu Beginn der Nackarmphase ein oder mehr Modelle, mindestens eins im Nackampf gebunden ist, erhöht sich, weil das gefährlich ist, dass Threadlevel, das Bedrohungslevel oder die Tröte auch genannt, automatisch um eins. Das heißt, immer schön aufpassen, nicht wahr? Das geht dann immer hoch. So, und dann werden die Nackämpfe abgehandelt. Der Spieler, der die Initiative hat, der kann bestimmen, in welcher Reihenfolge dies geschieht. Und dann wird halt ganz normal gekämpft. Das Kämpfen ist so eine Sache, die könnten wir eigentlich mal kurz erklären. Wir haben hier auf der Karte angegeben immer die verschiedenen Werte. Wir haben einmal Melee, also Nackampf. Wir haben Shoot, das ist für Ranged Weapons, also für Waffen mit Reichweite, Schusswaffen. Und wir haben Defense, Verteidigung. Dann gibt es hier noch zum Beispiel irgendwelche Schlagwörter, also Schlüsselwörter, wie man sie zum Beispiel auch von neuerdings von Warhammer oder so kennt, wo halt bestimmte Einheiten, Gruppen triggern, wenn das, nicht wahr, zum Beispiel alle die Runner sind, da passiert das und das. Das ist halt in dem Fall, lassen wir aber erstmal weg. Jeder hat noch Special Rules. In der Mitte sehen wir die Lebenspunkte mit so einem Chip hier markiert, wo wir gerade sind. Nachher kann man den auch noch umdrehen, wenn man gebissen ist, das ist eine Sonderregel. Die kommt aber auch erst später. Und hier unten sehen wir die speziellen Einheitenregeln. An den Seiten sehen wir jeweils, dass wir was transportieren können. Und zwar können wir im Bezug auf Kopf, können wir uns was Schützendes aufsetzen. Zum Beispiel, das Kopftuch ist jetzt einfach nur Modas, das war es ja auch Mädchen. Bei Carl zum Beispiel, der Hut, der bringt dann später auch einen Vorteil, wenn man irgendwie stirbt oder so. Der reanimiert einen nochmal, wenn man würfelt. Genau, dann haben wir Buddy, da kann man dann zum Beispiel mehr Verteidigung kriegen. Hier haben wir Item Slots, da können wir halt Sachen mit rumschlüren. Und hier unten haben wir nochmal Packs, da kann man zum Beispiel zusätzliche Munition, also für Schusswaffen rumschlüren. Hier sehen wir mal also zum Beispiel, der hat drei, bei dir der hat nur zwei Packs. Da kann man dann gucken. Ist jetzt am Anfang in diesem ersten Szenario aber überhaupt total unwichtig. Wir wollten erzählen, wie man kämpft. Sowohl Schießen als auch Nahkampf funktionieren relativ identisch. Und zwar wird geguckt, wir gehen jetzt erstmal zum Beispiel vom Nahkampf aus, weil wir haben ja keine Waffen dabei. Da gucken wir bei Melee natürlich. Und zwar müssen wir uns dann entscheiden im Nahkampf, ob wir angreifen oder verteidigen müssen. Angreifen wäre hier ein roter Würfel, verteidigen wäre ein weißer Würfel. Die weißen Würfel haben tendenziell eine bessere Chance, irgendwie was Höheres zu würfeln, weil da sind mehr Symbole drauf. Und ich glaube, der blaue, der ist dann nochmal der Ultimate-Würfel, der hat sogar bis zu drei Symbole drauf. So, wir gucken und sagen jetzt zum Beispiel, die Sandra, die möchte angreifen. Wäre zwar logischer zu verteidigen, aber man kann nur Schaden machen, wenn man angreift. Wenn man verteidigt, egal wie viele Symbole man wirft, seht ihr gleich, man macht trotzdem keinen Schaden. Man schützt sich quasi. Genau. Dann machen wir einmal so einen kleinen exemplarischen Nahkampf hier. So, wir stehen hier. So, sie sagt, sie möchte angreifen und fängt dann an mit ihrem, huch, wir gucken bei Melee. Ein roter Würfel, der wird gewürfelt und sie würfelt ein Blank. Das ist nichts, ist natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen blöde fürs Beispiel. So, der andere, der übernimmt dann den Beißer und ich würfel und habe eins. Eins, genau. So, ich habe jetzt mehr, also bekommst du jetzt einen Schaden. Genau, das wird einfach verrechnet. Also hätte ich jetzt auch eins, wäre es unentschieden. Hätte ich zwei, dann wäre es zwei zu eins. Aber so wird das verrechnet. Schaden kriegt dann die Sandra ein. Der Verlierer, also dann geht der Punkt hier weg, ein Punkt. Der Verlierer aus dem Nahkampf wird immer von dem Gewinner aus dem Nahkampf ein Zoll nach hinten geschubst. Und wenn ein Walker das quasi Schaden bekommt, wird er einen weggeschubst und umgelegt, also hingelegt. Das Late Prone nennt sich das in den Regeln. Also flachgelegt kann man sagen. Und da wird dann geguckt, ob der dann nachher wiederkommt oder nicht. Ob er aufsteht oder eine Runde liegen bleibt. Genau, hätte zum Beispiel, hättest du jetzt einen gewürfelt und der Walker, also ich für den Beißer auch einen, gilt die Regel, immer der Survivor gewinnt. Genau, bei Gleichstand gewinnt immer der Survivor. Das heißt, der Zombie würde dann, ach nee, Zombie gibt es ja gar nicht in den Comics. Nein, gibt es nicht. Walker, Beißer, Streuner. Matschbirne. Genau, Matschbirne. Genau, dann wird der Walker, wird dann einen zurückgeschubst, aber nicht umgelegt, weil er keinen Schaden genommen hat. Der bleibt dann da einfach stehen. Ja, das ist einfach der Nahkampf. Und nach dem Nahkampf. Kommt die Endphase. Ja, genau, dann. Das wäre jetzt zum Beispiel wichtig, wenn der jetzt umgelegt worden wäre, müssten wir jetzt schauen. So, jetzt ist die Endphase. Wir nehmen diesen schwarzen Würfel. Würfel für jeden, flachgelegten. Genau. Würfeln wir einmal. Es ist ein Blank, also kommt er nicht wieder. Hätte ich jetzt dieses superschöne, hübsche Sternchen gehüttelt. Initiative sowohl auch genannt. Die Initiative, dann wäre er wieder auferstanden und würde wieder rumstreunern. Genau, würde wieder rumeiern. Genau. Danach gibt es halt dann noch solche netten Sachen, wie zum Beispiel die Gebissenregel, die jetzt aber noch nicht relevant ist, die gecheckt wird dann und so weiter und so fort. Dann halt die End-of-Turn-Effekte, die dann in der Phase ins Spiel kommen. Dabei ist ja auch alles irrelevant. Genau, wir müssen jetzt einfach danach nur noch gucken, ob wir die Victory Conditions, also die Siegbedingungen, ob wir die erfüllt haben. Die Siegbedingungen dieser Mission sind alle drei Supply-Marker, also Versorgungsmarker, uns einzucachen und dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Wir dürfen nicht sterben. Es muss mindestens einer überleben, wenn man kooperativ spielt. Es kann aber auch einer sterben, wenn der andere dann alle drei Marker hat, dann gilt das Spiel trotzdem als gewonnen. Hat einer Marker eingesammelt und stirbt, verliert er die Marker. Und die werden dann um ihn herum ausgelegt an der Stelle, wo er gestorben ist. Genau. Und ist er nicht an einem Kopfschuss gestorben, dann kommt ein Walker dann dahin. Genau. Kopfschuss ist auch noch eine Sonderregel. Die können wir auch mal eben kurz erklären. Das ist immer, wenn ihr, genau, ein Ausrufezeichen noch zusätzlich zu den Symbolen habt, zu diesen Einschusssymbolen, dann ist das ein Kopfschuss. Wenn ein Walker mit Kopfschuss umgelegt wird, also Schaden nimmt, zum Beispiel wir hätten jetzt geworfen Angriff, also wir hätten den Angriff geworfen zwei, der Walker hätte nur einen. Dann hätten wir wieder Differenz, zwei minus eins ist eins, der Walker hätte einen Schaden bekommen, aber mit einem Kopfschusssymbol. Das heißt, der würde nicht nur flach gelegt, sondern der würde sofort aus dem Spiel genommen, weil vom Kopfschuss, da gibt es keine Wiederkehr. Ganz genau. Ja, ich denke, das waren die groben Grundregeln erstmal. Das reicht für das Szenario. Ich werde schon vier Minuten erklären. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal an. Ich habe das ganze Spiel in vier Minuten erklärt, das ist doch nicht schlecht. Ja. Ja, der Spieler mit der Initiative, das bist dann, denke ich mal, in dem Szenario hatten wir gar keine Initiative, aber ist egal. Fang du mal an. Ja, ich fange jetzt einfach mal an. So, erste Phase ist die Aktionsphase. Ganz genau. Meine Aktion ist jetzt erstmal sofort zu wuseln. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich schleiche oder sofort renne, weil wie wir wissen, Rennen verursacht Lärm. Aber wir wollen euch ja auch ein bisschen was zeigen, deswegen werde ich jetzt... Boah, die Tröte muss aber auf vier gestellt werden. Ach so, Entschuldigung, genau. So, das ist halt vorgegeben, dass das auf vier ist. Die Tröte da. Und ich wusel jetzt sofort sechs Zoll. Ganz wichtig. Acht Zoll. Acht Zoll. Diese Acht Zoll-Marke muss halt mit der Base abschließen. Genau, es wird vorne angelegt und dann bis zugelaufen und nicht dahinter gestellt quasi. Ich bin ja Patrick. Ja. Entschuldigung. So, dann könntest du es nochmal zeigen. Bündig anlegen. Genau. Und dann wird bis zu der Distanz aber dann die Base-Vorderkante abschließend, also nicht dahinter gestellt, wie zum Beispiel bei X-Bing oder so. Ja. Das ist halt die Bewegung. Genau. So, jetzt hast du aber Lärm verursacht. Ganz genau. Und ich bin schon, ich bin noch zu weit von diesem Marker hier, dass ich das aufheben könnte. Aber jetzt kommt es sowieso, es wird ja in dem Moment, wo der Lärm verursacht, wird als erstes geguckt, welcher Zombie da in der Nähe ist. Und in der Hand immer Dings brauchst du gar nicht. Der nächste, Walker, jetzt kannst du mal messen, welcher von den beiden näher ist. Die sind, glaube ich, relativ identisch. So, hier haben wir 4 Zoll und hier haben wir auch 4 Zoll. Ja, dann sucht ihr einen aus. Dann nehme ich einfach den hier. Ja, der sieht für mich auch so ein bisschen optisch näher aus. So, und der bewegt sich jetzt sofort. Genau, 6 Zoll in gerader Linie marschiert er da hin. So, da wir nur 4 Zoll haben, bleibt er hier stehen. Genau, Base-Kontakt, sobald er in Base-Kontakt mit dem Survivor kommt. Falsch rum. So, sobald er im Base-Kontakt mit dem Survivor kommt, bleibt er stehen. Was dazu führt, dass jetzt beide im Nahkampf gebunden sind. Was wiederum dazu führt, dass die zweite Aktion für dich verloren geht in dem Moment. Also die Ereignisphase. Nein, die zweite Aktion. Du hättest jetzt ja theoretisch noch, wenn er, weiß ich nicht, nochmal, wenn er jetzt an dem Marker gewesen wäre, hättest du den aufsammeln können oder sonst was. Das geht jetzt nicht mehr. Das stimmt. Die Aktion ist futsch. So, dann bin ich jetzt dran. Und ich hätte auch gerne den Maßstab einmal. Ja. Ihr könnt auch ein ganz normales Maßband nehmen, wie man das halt irgendwie so, ne? Zölligen halt. Genau, Hauptsache sind Zollangaben drauf. Genau. Das Spiel wird in Zoll gespielt. Aber hier ist halt das Schöne, dass das vorgegeben wird mit Sneak und Run. Und auch hier, wie weit, was für ein Umkreis der Lärm nicht wahr ist. Und Mayhem, also das ist das Chaos, was durch Schusswaffen verursacht wird. Und die Bewegung der Walker ist halt schön eingezelt. Ja, das finde ich auch ganz cool gemacht. Gibt es auch nochmal als Acryl, genau wie die Killzone. Aber ich finde, wie gesagt, wir spielen Out of the Box so das, was ihr kriegt und wie ihr dann spielen könnt. Genau. So, dann bin ich dran und ich darf mich dann auch bewegen, da ich, was machen wir denn mal, ich möchte natürlich auch so einen geilen Marker haben. Ich bin aber jetzt eigentlich gar nicht so scharf da drauf, dass mir die Leute auf den Sack gehen. Deshalb schleiche ich. Das heißt, kein Walker bewegt sich. Ich schleiche einfach nur in die Richtung. So, dann hätte ich jetzt theoretisch eine zweite Aktion. Habe ich jetzt aber nichts, was ich jetzt in dem Szenario machen könnte. Deswegen sind wir mit der Actionphase erstmal durch. Und wir kommen zur Eventphase. Also, wir checken in der Eventphase als erstes die Killzones. Und zwar von allen freien Walkern. Also von allen, die nicht im Nahkampf gebunden sind. Das heißt, hätte hier, nö. So, hier habe ich jetzt nicht aufgepasst. Dachte, ich bin nicht leise, bringt nichts. Oh doch, passt nicht. Ne, passt nicht. Ah, Schweingart. Oh, du hast aber Glück gehabt. Ja, habe ich Glück gehabt. Das war ganz knapp, sonst wäre der nämlich auch sofort zu mir angewusst gekommen. Also, die Walker, die frei sind, die verfügbar sind, die zulässig sind, wie auch immer man das nennen will, die sind jetzt gecheckt. Also muss man auch aufpassen, nicht nur Lärm zu verursachen, sondern auch einen gewissen Abstand zu den Walkern zu halten. Genau. Weil sonst werden die auf einen aufmerksam. Und durch die Killzone wird das dann bestimmt quasi, ob die jetzt einen sehen oder halt nicht. Genau. Das heißt, wir haben Teil 1 von der Eventphase abgeschlossen. Was ist los heute? Frosch im Hals. Teil 2. Wir ziehen eine Ereigniskarte vom Ereignis-Deck, auch Event-Deck genannt hier. Was machen wir da? Wir gucken auf unsere Tröte, also auf das Thread-Level. Es ist auf All Quiet noch, ne? Ne, Low. Low Thread. Low. Ihr seht, das ist wieder unterteilt hier. All Quiet, Low Thread. Each player rolls a blue die and moves that many eligible Walkers in the direction of their choice. Then so und so viele Walker, je nachdem wie viel man auf den weißen Würfel würfelt, enters Play. Also das ist hier mit dem Symbol abgekürzt. Also jeder Spieler wirft jetzt einmal einen blauen Würfel und bewegt so viele zulässige Walker in eine Richtung, wie es uns beliebt. Und als zweites kommen so viele Walker rein, wie wir mit einem weißen Würfel würfeln. Oh, neu rein. Neu rein von den Spielfeldkanten in den Spielen. Ne, das hatten wir auch noch nicht. Krass, okay. Dann leg mal los. Ja, ich würfel einmal mit dem blauen ein. Einen Walker darfst du bewegen. Also da wir ja zusammenarbeiten quasi, bewege ich natürlich den, weil meinen darf ich jetzt nicht bewegen, weil er in der Nahkampfphase schon ist. Genau, in der Abkampfgebung, ja. Beißer bewegen, die nicht irgendwie schon in irgendeiner Art und Weise agiert haben oder in einer Nahkampfphase sind. Also bewege ich den jetzt hier vorne weg, damit er dir auch nichts mehr tun kann. Genau, sechs Zoll musst du ja immer marschieren. Genau, und die können halt nur gerade gehen. Genau. Also weiter kann er nicht laufen, er geht bis hier vorne hin. Hi. Und dann ist er schon mal wieder bei dir aus dem Fokus. Genau, hokus pokus, jeder Spieler, deswegen würfel ich auch gleich nochmal. Ich darf auch wieder einen bewegen, dann machen wir nämlich den gleichen Spaß. Mit ihm hier, er marschiert dann nach hier, dann sind wir die nämlich erstmal schon mal einen Tacken los. So, dann müssen wir noch mit dem weißen Würfel würfeln. Genau, einmal weiß würfeln und es kommt kein neuer rein. Das wird aber nicht pro Spieler gemacht, so wie jetzt mit dem Walker. Nein, denn so und so viel wie ein Würfel, Walkers enter the play. Also da steht nicht, dass jeder Spieler einmal würfelt, sondern das. Ja, dann kommt die Karte weg, die haben wir dann abgehandelt. Das war die Eventphase. Wegen dem Nahkampf wird die Tröte nicht einmal hochgesetzt? Das kommt jetzt, wir haben jetzt die Eventphase, haben wir jetzt durch. Jetzt kommt die Nahkampfphase und wenn ein oder mehr Modelle im Nahkampf sich befinden und gebunden sind, das ist ja er hier, dann gibt es ein Thread mehr. Also Level 5 der Tröte. Genau, Level 5 der Tröte ist aber immer noch low, ne? Genau. So, dann werden die Nahkämpfer abgehandelt und der Spieler mit der Initiative, das bist du jetzt, darfst dich entscheiden, wer da ist. Ja, ja, das bin ja jetzt nur ich. Das bist ja sowieso nur du, das kann nachher auch kommen, dass mehrere Zombies irgendwie an mehreren Schlachtorten auf mehrere Survivor gehen und mehrere Zombies auch einen Survivor angreifen, da gibt es nachher eine ganz wilde Konstellation. Aber jetzt ist es ein Nahkampf, das heißt, du guckst jetzt auf deine Karte, möchtest du angreifen oder verteidigen? Ich will angreifen. Richtig so. Defense? Nein. Nein, Melee. 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 Und, ähm, ja, damit vertue ich mich immer irgendwie noch ein bisschen. Ich darf das mit einem weißen. Genau. Angriff 2. 2. Ich würfel für den Walker dagegen. 2. Uh, 2. Aber? Unentschieden, das heißt? Der Survivor gewinnt. Genau, das heißt, der Zombie wird einmal zurückgeschubst, 1 Zoll. Bist immer sehr großzügig bei Zoll. Ja, aber wird nicht flachgelegt, weil es ja unentschieden war. Guck mal, das ist eine Frau-Zombie, die hätte sie ruhig mal flachlegen können. Und du hast auch noch einen Baseball-Schläger dabei. Naja, ja, Schluss der Ferkelein. Das war jetzt der Nahkampf, wie gesagt, die bleibt stehen, die gute Walkerin. Und, ja, das war schon der Nahkampf. Ist halt ein sehr überschaubares Szenario im Moment. Dann kommen wir in die Endphase. Müssten theoretisch würfeln für alle flachgelegten Walker, aber wir haben keine flachgelegten Walker. Deswegen checken wir jetzt, ob wir die Siegbedingungen erfüllt haben. Alle Marker liegen da noch, wohl eher weniger, würde ich sagen. Ja, und dann ist die Runde vorbei und es fängt wieder von vorne an. Und wir dürfen uns bewegen. Genau. Dann fängst du jetzt an, weil vorhin habe ich ja angefangen, oder? Ja, du hast ja die... Ach ja, genau, die Initiative-Marke gibt man nochmal weiter. Das ist jetzt hier in dem ersten Szenario noch nicht erklärt, das kommt später. Aber nach einem vollen Zug einer Runde gibt man den Initiative-Marker an den nächsten Spieler weiter, sodass das immer alternierend ist und nicht immer der eine nur die, genau, die Initiative anfängt. Das heißt, ich werde jetzt natürlich logischerweise, das brauche ich, glaube ich, nicht zu messen... Das bin ich. Oh, pardon. Das ist aber eine verdammte Axt. Jetzt habe ich... Ja, das ist das Problem, weil das noch nicht so angemalt ist. Noch nicht so? Irgendwie doch gar nicht. Ja, aber wir wollten das jetzt schon spielen. Genau, wir wollten das Out of the Box spielen. So, ich... Ich konnte nicht so lange warten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte es unbedingt spielen. Ich hatte da auch Lust drauf. So, ich sneeke an den Supply-Counter. Das war meine erste Aktion. Und mit der zweiten Aktion nehme ich den auf. Das war jetzt hier in den Regeln für das erste Szenario noch nicht erklärt. Aber das erklären wir jetzt mal. Wir... Oder machen... Ne, das erklären wir am zweiten. Wie es hier auch... Die Search-Aktion, die wurde erst im zweiten Szenario erklärt. Beim ersten war einfach, wenn man dran ist, darf man nur aufnehmen. Ach so, ja. Also nehme ich den jetzt einfach auf. Das erklären wir nachher. Weil das ist ja jetzt erstmal irrelevant. Wir erklären das so, wie man das jetzt auch spielt. Genau. Ja, das war es dann auch schon mit deinen zwei Phasen. Genau, zwei Aktionen habe ich in meiner ersten Phase durch. Dann bist du. Ja, cool. Ähm, ich werde auch noch bis hier vorne hingehen. Ja. Und das war ja noch nicht mal als ein Zoll. Werd das auch aufheben, damit ich das bekomme. Und als zweite Aktion, rein theoretisch hätte ich jetzt eine Schusswaffe, könnte ich noch auf die schießen. Hab ich aber leider nicht. Also bin ich jetzt dementsprechend dann auch fertig. Ja, genau. Obwohl ich bin ja auch gegangen und hab aufgehoben. Da wollte ich gerade sagen, mehr Aktion hast du gar nicht mehr. Da gibt's gar nichts mehr. Vergesst, was ich gesagt habe. Entschuldigung. So, dann kommen wir wieder zur Eventphase. Und ich glaube, da haben wir so ein Problem. Ja. Wir sind beide. Beide drunter. Jetzt müssen wir mal gucken, wer da näher dran ist. Das bin ich. Das heißt, die ist immer noch ein bisschen heiß auf dich. Wegen deinem großen Schläger. Und die kommt so von hinten. Und das ist nicht nie gelungen. Und. Tod. Tod. Und ja, bei mir, ich habe da ein Schwein gehabt. Ja. So, das war das. Und jetzt müssen wir natürlich noch eine Eventkarte ziehen. Ja. Und wir hoffen mal, dass es was Schönes ist. Wir befinden uns immer noch auf Threat Level Low. All Quite Low wird hier zusammen abgehandelt. For each prone walker, roll a black die. On initiative symbol, the walker gets up. If there are no prone walkers, add one to the Threat Level. Also, wir werfen einen schwarzen Würfel. Für jeden prone, also flachgelegten Walker auf dem Spielfeld. Haben wir keinen. Haben wir nicht. Der wäre aufgestanden auf ein Initiativesymbol wieder, wie das halt ganz normal in der Endphase auch ist. Und wenn wir keine flachgelegten Walker haben, dann packen wir einfach eins auf Threat Level. Genau. Und dann ist die Sache schon gegessen. Aber, wir müssen jetzt auch noch darauf achten, ich bin jetzt noch im Nahkampf, also wird die Tröte nochmal eins festgestellt. Genau, weil die Eventphase ist jetzt zu Ende. Und deswegen kommen wir in die Nahkampfphase. Wir sehen, es ist ein Modell im Nahkampf gebunden. Das reicht schon, um das Threat Level wieder um eins zu erhöhen. Ja, und als es dein Nahkampf ist, dann darfst du mal wieder mit deinem... Ja, Millie ist bei mir in Weiß. Genau, du möchtest es angreifen, nehme ich an, ne? Genau. So. Oh, der hüpft einfach so da raus. Eins. Okay, dann wollen wir mal für Frau Walkerin würfeln. Frau Walkerin würfelt eine Blank. Sie wird einen Zoll nach hinten und... Flachgelegt. Flachgelegt. Du hast sie flachgelegt, die Braut, Junge. So, damit sind wir jetzt so fertig, aber für jeden flachgelegten Beißer müssen wir halt diesen schwarzen Würfel würfeln, um zu schauen, ob der wiederkommt. Ja, nur die Phase nochmal irgendwie so ein bisschen definieren. Das war jetzt die Nahkampfphase, ist zu Ende. Und jetzt kommt die Endphase und in der Endphase würfeln wir jetzt halt dafür. Das hängt jetzt nicht mit dem Nahkampf zusammen, sondern mit der Uhuhu, da ist er auch schon wieder. Und da ist er auch schon wieder da. Und steht auf dich. Und ich bin, Entschuldigung, ein bisschen erregt. So, und das war es dann auch schon mit der zweiten Runde. Dann bin ich dran. Tja, so schnell kann es gehen. Ja, dann leg mal los. Ja, so, ich werde jetzt... Tja, was werde ich jetzt tun? Doof, dass ich keine Schusswaffe habe. Das geht mir voll auf den Zünder. Ja, das wird im zweiten Szenario auf alle Fälle besser. Ja, weil ich... Ach, Mensch. Ich laufe dann genau hier hin. Ja. Und Grabschmier. Erstmal muss der Walker bewegt werden. Die mag dich nämlich immer noch und ist sehr heiß. Ja, aber du stehst dazwischen, also geht sie zu dir. Ja, das ist das Problem. Die können... Also die gehen durch... Walker gehen durch andere Walker durch. Entschuldigung. Walker, sobald die auf den Survivor treffen, bleiben sie im Base-Kontakt stehen. Wenn die auf ein Geländestück treffen, sehen wir später, dann bleiben die auch davor stehen. Ja, weil die ja dumm sind und sich nicht so... Die gehen über Supply-Counter, gehen sie drüber, dürfen aber die Bewegung nicht da drauf beenden. Und die dürfen auch, wie gesagt, andere Walker beim Bewegen ignorieren, aber dürfen die Bewegung auch nicht auf dem Punkt beenden, wo der Walker steht. So, das heißt, ich habe jetzt die Arschkarte. Ich kann in meiner Aktionsphase nichts machen, weil ich im Nahkampf gebunden bin. Und ja, genau, ach ja, du bist ja noch dran. Stimmt, du hast noch einen zweiten dazu. Ja, ich nehme den letzten Marker. So, und damit... Dann kannst du nichts machen. Sind wir... Bin ich jetzt fertig und du bist dran. Und ich bin dran. Ich kann nichts machen, weil ich im Nahkampf gebunden bin. Dann kommt die Event-Phase. Wir checken die Killzones. Für sie nicht, weil sie ist sowieso im Nahkampf gebunden. Hier ist es relativ irrelevant. Die essen sich ja leider nicht selber auf. Dann ziehen wir eine Event-Karte und gucken, was passiert. Wir sind immer noch auf Low. Ja. Ja, wird genau die gleiche wie eben. Jeder Spieler wirft einen blauen Würfel und bewegt so viele zulässige Walker. Dann wird ein weißer Würfel geworfen und so viele neue Walker kommen von den Spielfeldkanten aus ins Spiel. Okay, ich fange mal an. Ein Walker. Ja. So. Scusi. Wo habe ich da? So, das lege ich mal da hin. Und der Leute... Wenn du den immer seitlich legen, dann hast du nicht das Problem. Läuft dann hier hin. Fertig. So, dann musst du einmal würfeln. Ich darf sogar zwei Walker bewegen. Auch den im Nahkampf? Ach nie. Zulässige Walker. Stimmt. Ja, die Walker, das ist jetzt ja eigentlich irrelevant. Ja, das ist jetzt so ein bisschen blöd, weil wir schieben die einfach nur ein bisschen hin und her. Nachher ist es aber sehr interessant, weil man kann die dann auch, wenn man mit zwei Survivor Gruppen irgendwie gegeneinander arbeitet, um hier Versorgungsgüter zu sammeln, dann kann man die Walker einfach mal zu dem Stumpf in die Richtung schicken. Genau. So, dann würfeln wir mal einen Beißen und schauen mal, wie viele noch ins Spiel kommen. Okay. Einer. Neue Walker, die ins Spiel kommen, kommen immer von der Spielfeldkante aus ins Spiel. Das heißt, wir dürfen den jetzt, also du darfst den jetzt beliebig an einer Spielfeldkante in Bestkontakt mit der Kante aufstellen. Ach so, ja gut. Weil wir sind ja kooperativ. Ja, das hätte ich vielleicht dahinten hingestellt, aber wir sind ja eh jetzt gleich durch. Ach so, ich wollte ich gerade sagen. Jetzt ist deine Nahkampfphase, die Ereignisphase? Ja genau, die Eventphase ist jetzt durch, die Ereignisphase. Genau. Wegen Nahkampfgebundenheit von einem Modell steigt das Level wieder. Die Tröte. Genau, das Threadlevel um eins. Und dann werden die Nahkämpfe abgehandelt. Da ich der Einzige bin, der jetzt am Kämpfen ist, werde ich jetzt hier mal angreifen, sag ich. Auch wenn der Würfel ein bisschen schlechter ist als der Weiße, aber egal. Ja, dann werde ich den Walker übernehmen. Eins zu eins ist unentschieden. Unentschieden gewinnen immer die Survivor gegen die Walker, hatten wir gesagt. Das heißt, der Walker oder die Walkerin, die so auf dich steht, die wird eins zurückgeschubst, aber nicht flachgelegt, weil eins minus eins ist null. Es gibt keinen Schaden für den Walker, sondern die bleibt einfach stehen. So, dann kommen wir zur Endphase. Endphase, es liegt keiner auf dem Boden. Genau, aber wir haben das Spiel gewonnen. Wir checken die Victory Conditions, also die Siegbedingungen und wir haben die Bedingungen erfüllt. Wir leben, sogar alle. Und wir haben alle Versorgungsmarker eingesammelt. Das heißt, das Szenario ist komplett gelöst und wir sind durch. Also ich muss sagen, klar, wenn man das jetzt so sieht, ist es ja ein bisschen langweilig, aber um erstmal reinzukommen, damit man diese Regeln so ein bisschen damit umzugehen weiß, gerade für Leute, die vorher vielleicht noch nie Tabletops gespielt haben und so und nicht wissen, dass das immer in verschiedenen Phasen und so agieren muss, finde ich das eigentlich ganz cool. Ja, und nur mal so zum Vergleich, also das war jetzt das erste Szenario aus dem Heftchen hier, aus den Quick Start Rules. Das ist dann das Buch, das Regelbuch mit den zusätzlichen, also mit den normalen Regeln und ihr seht, wir haben jetzt noch nicht alle Regeln aus dem Schnellstartbuch genommen. Es kommen aus dem Schnellstartbuch jetzt in der zweiten Mission, also im zweiten Szenario noch was und dann gibt es halt auch noch Regeln aus dem normalen Regelbuch. Die werden wir aber dann benutzen, wenn wir auch ein bisschen das hier schöner gemacht haben und die Miniaturen angemalt haben. Wir wollten euch jetzt wirklich einfach mal die beiden Szenarien out of the box zeigen und deswegen quatschen wir gar nicht lange, sondern machen einen Cut und wir sehen uns gleich wieder zum zweiten Szenario. Szenario Szenario